Was brauchst du dafür? Ganz ehrlich, du Lieber, du brauchst gar nichts. Du brauchst weder Vorkenntnisse, du brauchst weder Wissen, du brauchst weder Ausbildung, noch musst du irgendwas Besonderes sein oder geleistet haben, toll aussehen oder sonst irgendwas. Also genau das Gegenteil von der normalen Wirtschaft. In meinem alten Job musste ich immer toll aussehen, besonders viel leisten, um besonders anerkannt und besonders geliebt zu werden. Das musst du hier gar nicht. Du bist gut genug, wie du bist, du kannst alles, du brauchst gar nichts. Und du denkst jetzt, hä? Will ich mich jetzt verarschen? Nein, nein, du brauchst gar nichts. Du brauchst dir kein Geschäft zu mieten, du brauchst keine Produkte auf Lager dir anzulegen, du musst nicht in Vorleistung gehen. Also Young Living übernimmt das alles für dich. Young Living übernimmt die Lagerhaltung, Young Living übernimmt die Rechnungsstellung. Young Living macht das alles für dich. Und wo auch immer du bist auf der Welt, wie viel auch immer Zeit du hast zum Investieren, genau das investierst du in deinem Tempo, in deiner Geschwindigkeit und baust dir somit weltweit etwas auf. Weil Young Living ist weltweit sozusagen vertreten und du kannst dir aussuchen, welchen Markt du gerne machen magst oder ob du in deinem eigenen Land bleibst. Also du brauchst gar nichts. Du brauchst kein Geld zu investieren, das du loslegen kannst und das ist ein riesen, riesen Vorteil, weil das heißt, es gibt ja gar kein Risiko. Ja, was hast du schon zu verlieren? Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß ja gar nicht genug, ich kenne mich ja überhaupt nicht mit ätherischen Ölen aus, dann seid ihr sicher, niemand von uns war von Anfang an Experte. Ja, also so. Und das ist wahrscheinlich immer noch nicht, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir besonders gut sein müssen. Das Einzige, was zählt, ist, hilfst du gerne anderen Menschen? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist dieses Business genau das Richtige für dich, weil darum geht es. Und dafür musst du nicht viel wissen. Dafür musst du gar nichts wissen. Dafür musst du einfach nur wissen, dass die Produkte mega sind und dieses Love und Share, also dieses Lieben und Weitergeben sozusagen, ist alles, was du machen musst für dieses Business. Und im Prinzip geht es nur darum, wie du anderen Leuten zeigst, eben dieses Low-Tox-Leben zu führen, wie sie in ihrem Haushalt einfach die ganze Chemie Schritt für Schritt einfach befreien können, dass sie sich selber transformieren in einen gesunden Haushalt. Und dafür musst du das selber auch noch gar nicht machen. Du bist ja auch auf deiner Reise. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das geht ja Schritt für Schritt. Und deshalb haben wir ja unsere ganzen Mentorships, dafür haben wir unsere ganzen Programme, dass wir dich und gleich deine Interessenten an die Hand nehmen, wie sie ihr eigenes Business aufbauen. Du bist ja damit nicht alleine. Also du kannst allen Support, alle Kurse, alles Mentoring, Social Media Workshops, alles kannst du kostenlos nutzen, wenn du in unserem Team bist. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, weil wir haben über sechs Jahre Erfahrung in all diesen Thematiken und können natürlich da aus auch unseren ganzen Erfahrungen, auch unseren ganzen Fehlern, die wir gemacht haben, können wir natürlich nur unsere Erfahrungen weitergeben, wie es einfach leicht für dich funktioniert. Genau. Und wie du natürlich dir selber ein Business aufbauen kannst und ja, selber auch erst mal lernen kannst über ätherische Öle, über diese ganzen Sachen. Und wirklich, nochmal, du musst nichts wissen, weil ganz ehrlich, je mehr du weißt, desto unduplizierbarer ist es. Und im Network funktioniert nur eins, was duplizierbar ist. Wenn du also schon der super Profi bist, super viel weißt, dann denk dein Gegenüber, oh Gott, so viel wie die weiß ich nicht, oh Gott, das kann ich nicht. Aber wenn du einfach selber nichts weißt, dann bist du total duplizierbar und nimmst andere viel mehr mit. Und also herzlichen Glückwunsch, wenn du noch nicht so viel weißt, weil dann wirst du es ganz, ganz einfach im Network Marketing. Auch hier, du darfst einfach dich so ein bisschen lösen von normalen Gedanken, wie du denkst, wie das Leben ist, wie Business ist. Im Network ist alles anders. Es funktioniert genau andersrum. Nicht wie toll du aussiehst, sondern wie authentisch du bist. Nicht wie viel du leistest, sondern wie viel du aus deinem Herzen herausgibst. Das ist entscheidend. Und das ist was komplett anderes, als wie die normale Wirtschaft funktioniert. Und ich bin so dankbar dafür, weil du kannst echt sein, du kannst authentisch sein, du kannst genau so sein, wie du bist. Und genau deshalb werden die Menschen zu dir finden, die zu dir passen. Und dann macht das ja Spaß. Und du kannst dir deine Kunden aussuchen. Also deinen Chef aus einem normalen Job kannst du dir nicht unbedingt aussuchen. Den kriegst du vorgesetzt. Ist vorgesetzt. Oh Gott. Und wenn der nicht so cool ist, dann hast du echt ein Problem. Und aus diesem Ding kannst du dich einfach herausholen. Also du kannst auch ohne etwas zu wissen, direkt loslegen. Und wie gesagt, ist es noch duplizierbarer als alles andere. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber ich arbeite ja noch Vollzeit. Oder ich studiere. Oder ich, keine Ahnung, habe Kinder. Oder was auch immer. Ich hatte auch einen Fulltime-Job, Vollzeit-Job, als ich angefangen habe. Ich habe es mir nebenbei aufgebaut. Ganz viele Menschen trauen aus meinem Team, haben Kinder, ganz viele Kinder. Und das Tolle ist, dass du in diesem Job dich nicht entscheiden musst. Willst du eine gute Mama sein? Oder willst du eine erfolgreiche Geschäftsfrau sein? Weil du kannst beides sein. Du kannst von zu Hause arbeiten, kannst für deine Kinder da sein. Und kannst dir was aufbauen. Würde ich sagen, das ist cooler, als morgens zu deinen Kindern zu sagen, Tschüss, bis heute Abend. Und das Minimum fünf Tage die Woche. Deshalb ist es so toll, dass wir uns nicht entscheiden müssen, will ich eine gute Mutter sein? Oder will ich irgendwas auch für mich erfolgreicher sein? Weil wir Frauen, kann ja wohl nicht sein, dass wir nur, weil wir Mütter werden, auf einmal nicht mehr uns selber verwirklichen dürfen. Und auf einmal nicht mehr an uns selber denken dürfen. Also zu einem Mann sagt keiner nach zwei Monaten, was, du gehst wieder arbeiten? Warum sagt das jemand zu einer Frau? Aber durch diese Geschäftsmöglichkeit haben wir die Möglichkeit, bei unseren Kindern zu sein und trotzdem erfolgreich zu sein. Und irgendwann gehaltsmäßig sogar unseren Mann zu überholen. Oder unsere Frau. Also deshalb richtig, richtig cool. Nebenbei, egal ob du einen Vollzeitjob hast, egal ob du Kinder hast, egal ob du studierst, das Business, das Network Marketing ist perfekt. Um nebenher das in dem Tempo, wie du magst, in den Stunden, wie du magst, aufzubauen. Weil dieses Business passt sich dir an. Kein anderer Job dieser Welt passt sich dir an. Das schon. Und du kannst es steuern. Du entscheidest, was du wie wann gibst, was du von dir gibst, wem du es gibst. So viel Freiheit. Einfach wundervoll. Zum Beispiel. So viel Freiheit.